Musik Und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme hier beim Destiny Projekt. Ja, wir sind ein paar mehrere geworden und zwar sind wir mittlerweile vier, es haben gerade noch ein paar geläfft oder fünf sind wir sogar, ne? Oder? Villager. Gehst du aus dem Bild? Fünf sind wir. Drei aus der roten, einen aus der grünen und einen aus der gelben Stadt. Ja, ist natürlich ein bisschen krass, was so an Städten ist und dann joint der nächste und der nächste aus der rote. Rote Übermacht hier oder was? Die Jungs, die gehen wir ab. Die sind auf jeden Fall per Meere. Man muss halt immer ein bisschen drauf aufpassen, wie die so abgehen an sich. Ja, da lacht der Marco schon hier. Der Martin, Marco. Wie gesagt, alle Kanäle bzw. Namen stehen unten in der Videobeschreibung. Könnten ja dann gerne vorbeigucken. So, wir waren ja jetzt hier dabei, den Zombie zu ärgern. Beziehungsweise er mich. Oh, toll, 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 toll. So. First Diamanten. So, auf den Arm mal gucken. Läuft alles? Prima. Oh, das ist ein bisschen laut. Look at Dias. Nice. Troll, toll, toll, toll. Mal gucken, wie schnell die hinter mir her sind. Weil die versuchen natürlich auch, weil die jetzt mehrere sind. Jetzt schon viel aufzubauen mit den paar Leuten, die sie da haben. Was sind sie denn? Jetzt sind sie schon vier in der Übermacht. Oh, bei Markus ist aber der Pink aber langsam so weg. Und wir müssen natürlich uns jetzt Nahrung aufbauen und dann halt weiterlaufen. Wow, das ist natürlich krass. Das ist natürlich das Problem. Aufnahmewenden. Das ist natürlich das Geilste. Da habe ich nämlich auch Angst gehabt. Das gilt bei uns nämlich auch. Wer getötet worden ist, Aufnahmesperre. Deswegen werde ich glaube ich einer sein, der vielen in den Höhlen rumkraxelt und einfach nur Rohstoffe fahren bis zum, ähm, bis zum, ja, bis zum Erbrechen sozusagen. Achso, er hat noch gar nicht aufgenommen. Na gut, das ist natürlich dann auch, okay. Die Joinen nehme ich erst und dann nehmen sie erst auf. Das ist natürlich bei jedem hier nämlich was anderes. Nimmst du die Kohle wohl auf hier, du Sack? Boah. Ich glaube, ich sollte aber mal was hat hier? Ja, Deckkraft. Ein bisschen runterschrauben. Wow, leck. Der war aber jetzt ein bisschen etwas größer. Na, warum läften jetzt alle schon wieder das Game? Da ist natürlich auch kein Mensch. Naja. Din, din, du Villager. Villager, Villager. Oh geil, NEI schaltet sich ein. Und ich sollte mich mal anders hinsetzen, glaube ich. Wäre auch ein bisschen sinnvoll. War jetzt hier unten noch was? Warum? Ja, hoffentlich. Hat er jetzt aufgenommen. Hi, Village. Was hast du eigentlich zu... Na, du fühlst gleich hier direkt das Mark da und das kannst du, glaube ich, auch knicken. Wir sollten hier Bücher mitnehmen. Oh, er hat immer noch nicht aufgenommen. So, wir werden uns mal eben kurz anders hinsetzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Ach, Gia. Noch nicht aufgenommen, sagt er. Naja, ist ja auch nicht mein Problem. Hauptsache, die nehmen auf, weil... Das ist natürlich auch ein Ding, das wir beeinschlacht haben, das wir halt aufnehmen müssen. So, wie mache ich das denn hier am schlauesten? Ich glaube... So. Das Kabel nervt hier, aber das ist irgendwie relativ egal. Maus schon dahin, Tastatur dahin und weiter geht's nach. Guck, guck. Nichts los. Warte mal an Kohle. Wir können eigentlich mal hier ein bisschen einschmelzen. Sieben. Hatten wir irgendwie nicht noch einen hier drin? Nein, ist egal. Was wir nicht brauchen, erstmal hier noch rein. Bücher brauchen wir immer. Bücher, 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 Regale. So, mal ausschalten, was wir noch so hier drin haben. Beziehungsweise, die könnten doch... Ach, Gia, Villager, geh doch weg hier oder so. Natürlich für mich auch blöd hier. So. Na, wo bist du, du Drecksau? Na, Skelett? Überraschungsangriff. So, keile Sache. Da unten sind welche drin, aber wir haben kein... Keine... Sagt man schon, keine Schmiede gefunden. Join nach und nach die ganzen Leute hier. Und mal gucken, wie der Server das aussieht. Weil das ist ein kleiner Server, da eigentlich genug Hexet ausgelegt ist. Und soll dann auch natürlich laufen. Oh, da unten sehe ich was. Was? Wer klopft hier? Was wir gebrauchen können. Erstmal hier noch Licht rein. Guten Tag. Oh, warte mal. Willst du was machen? Wir klauen den Herren. Und was geht auch? Ich glaube, da geht's mit schnell. Den Herren mal hier die Sachen raus. Jetzt geht's los. Jetzt kommen die Leute nach und dann. Sind eigentlich von mir welche drin? Ja. 4, 2, 2, 1. Oh, das ist eigentlich ganz okay. Der nächste left the game. Tische, 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 Tische. Bild, genau. Das ist hier nur drin. Das ist eigentlich uninteressant. Obwohl, das können wir mitnehmen. Oh, warte mal. Den Pisten müssen wir auch nicht. Äh. Soll Tab drücken und leck. Ah, jetzt. Kupfer, Quospa, ja, Kaktus. Keine Ahnung. Ich geh aber alone. So, was können wir hier rausnehmen? Wir brauchen eigentlich einen Rucksack oder sowas, ne? Dann sollten wir mal ein paar Zombies oder so killen. Alter. Nein, 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 nein. So, ciao, Skelett. Da hinten ist eine Festung. Ich glaube, wir werden uns aber erst vorwiegend hier aufhalten. Und schauen, was, oh, was ist denn da oben noch? Oh, Village, erschrocken. Hier ist noch ein Haus. Geil. Hier ist noch ein bisschen Nahrung. So, das Problem ist, jetzt sind wir aus der grünen Städte, haben wir aber keine Konfi offen gemacht. Das ist natürlich blöd. Zander Place, was ist das denn für einer? Diese komischen Faker hier. Bestimmt noch bei mir raus. Ja, das war klar. Ah, nicht bei uns eingeschlagen. Scheide. Was? Warum? Die joinen alle und gehen dann wieder. Das frage ich mich, warum. Oh, da wollte ich nicht runterfallen. Das Problem ist, wir sollten auch mal Cloudboots oder so machen. Damit wir halt nicht bei sowas runterfallen hier. Dann nehmen wir mal eben das Holz hier weg und dann gehen wir mal wieder bei uns in den Unterschlupf rein. What the fuck, Creeper? Dankeschön. So, und wir können jetzt einfach hier reingehen. Oh, das gefällt mir gar nicht, das Lied. Oh. Ähm, da. Nächstes Lied. Ich glaube, wir sollten auch mal die Deckkraft ein bisschen runter machen. Die geben wir ein bisschen. Ein bisschen auf den Keks. Und ein bisschen. Haha. Und auch noch Team Blau. Wo sowieso kommen so welche Baisen. Wo ist eigentlich meine Uhr? Da ist sie. La, 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 la. Ah, ich glaube, das wird noch hier. Nur noch ein Generv im Chat gleich. Das sehe ich jetzt schon. Äh, wir brauchen Leder. Leder, 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 Leder. Okay, die. Komisch. Naja, das sollen die unter sich ausmachen. Das ist nicht mein Problem, wenn die da nicht wieder spawnen. Wir sollten irgendwie Kühe, wir sollten am besten irgendwas mitnehmen. Rucksack. Wo haben wir sie denn? Da, was kosten die nochmal? Einfach nur Leder, ne? Genau. Äh, denn haben wir denn Gehirne gehabt? Auch noch nicht. Ist schon natürlich blöd. Hier, wo haben wir das Steinschweck denn weggepackt? Nahrung, paar Kartoffeln, beziehungsweise wir nehmen ein paar Karotten mit. Und ein bisschen Nahrung. Das wäre nämlich nicht das Schlechteste. So, Nahrung. Ja gut, Cobblestone zum Stecken vielleicht. Das können wir hier rein tun, erstmal das Buch. Und Schwert, die. Ja, braucht kein Mensch. Dann können wir uns nämlich alles ein bisschen rüberrücken. Essen haben wir noch da zur Not. Wenn es doch irgendwas sein sollte, habe ich natürlich Pech. Jetzt würde ich versuchen, ein bisschen nach und nach irgendwo was rauszuwecknehmen, beziehungsweise irgendwo ein bisschen Material herzubekommen, damit wir halt so was wie Rucksäcke oder so was am besten schon bekommen können. Ach, ist klar. Acht Holz. Holz ist immer gut, damit man sich noch zubauen kann. Und ich sollte, glaube ich, die Karotten auch unten ins Inventar reinpacken. Kohle. Dauten Sie, ich labe es. Mitnehmen. Mitnehmen direkt. Weil Erfahrungspunkte müssen wir auf jeden Fall in diesem Fall auch sammeln, damit wir halt da sowas verzaubern können oder was. Und Material für Tränke allgemein auch. Wer ist denn... Ach so, ich weiß gar nicht, ob die eine Konfi haben oder sowas. Left Game, der nächste. Ob ich schon wieder alleine drin habe. Ah, ist doch natürlich schade in Stadtgrün. Mal gucken, wie das allgemein auch so wird mit den Städten. Wie es denn nachher wird. Also, ich bin sozusagen jetzt König, aber habe mir auch einen Plan gefasst, den ich auch vorziehen werde. Und wo... Oh! Der ist natürlich schon raus. Der ist nämlich schon länger drin, ne? Ich will hoffen, dass ihr aufgenommen habt. Weil die meisten, die sollten eigentlich alle aufstehen und nehmen schon, die hier etwas länger drin sind. Oh, was haben wir denn hier? Kleine Sch... Ist das so ein großes oder so? Wo ist der denn dabei? Ach, der ist rot. Alles klar. Deswegen. Inspektor. Na, komm mal her. Kriege ich dich nicht irgendwo... an einer bestimmten Stelle da? Wow. Ah! Wer hat das... Ah, wer hat das gefragt? Nein, 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 nein. Nicht so was Riskantes machen am Anfang. Puh! Wer hat das denn gefragt? Wer ist denn... Wer ist denn... Wo kommt der denn hin? Ach so, in rot. Kiste, nice. Nice, 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 nice. Oh, da eckt alles raus. Und nicht zu vergessen, einfach die Truhen mitnehmen, um schnell zu looten. Wäre eigentlich das Ideal. Aber ich will vielleicht vorher doch mal reingucken. Na, Nahrung, immer. Bin ich doch voll für. Was war denn hier unten drin? Na, wo kommen wir hier raus? Wo kommen wir hier raus? Oh, geht das tief runter. Geht das tief runter. Fuku! Fuku! Hä? Wer hat denn hier so Probleme? Vielleicht haben die halt ne, ich sag mal ne schlechte Anbindung und mal was Gutes, die ganzen Dinger sind da, aber wisst ihr was, was stört? Die Türen. Die Türen, die werden mich nachher stören immer. Na, komm Zombie. Warte mal, gib mir mal dein Leder. Was hältst du denn davon? Ja genau, das kommt schon mal nicht weg, das gibst du mir erstmal. Weil du weißt sowieso nicht wohin damit. Oh, wenn das jetzt zu viele wären, hab ich natürlich ein Problem. Ah. Schnell hier raus. Uh. Sollen wir jetzt ganz taktisch hier vorgehen, beziehungsweise erstmal ein bisschen Nahrung hier zu mir nehmen. Also können die Jungs mich nämlich nicht angreifen hier, weil wer mit Level 18, beziehungsweise auch ohne Rüstung hier reingeht, ist natürlich eigentlich selbst schuld, oder? Deswegen, und so viel ziehe ich auch noch gar nicht mit dem Schwert ab hier. Erstmal hier schauen, was hier so drin ist. Da oben ist ein Spawner anscheinend, und hier? Hier ist Nothing, alles klar. Warte mal, dann machen wir mal eben so. Na Jungs, sollt ihr runterkommen? Ice Cube ist auch drin, ja. Oh, wo kommst du denn her? Warum sagst du nix? Komm schon, komm schon. Genau, geh erstmal da rein ins Loch. Ich hab hier mal Pippen. Häggern hier. Haha. So, um die jetzt hier zu twollen. Machen wir das erstmal so. Na, jetzt hab ich ganz schwer... Doch, da. Ah, da kommen die nächsten runter. Tu mal, hier ist doch irgendwo... Wo ist sie denn? Na, Jungs. Habt ihr das Bedürfnis, einfach da rein zu fallen? So. Ich hab das Bedürfnis, einfach euch im Loch da einfach eine rein zu hauen. Na. Hauptsache erstmal so einen Spector hier niederschlagen. Oh, wir schauen auch fast drüber. Ah ja, dann müssen wir halt die Folgen ein bisschen schneiden. Ich guck nämlich grad nicht auf die Uhr gehabt. Beziehungsweise hab nicht auf die Uhr geschaut. Das ist natürlich auch blöd für mich. Dann müssen wir das halt in ein paar andere Folgen aufteilen. Dann machen wir jetzt eine halbe Stunde. Und dann haben wir es halt beim nächsten Mal halt ein bisschen kürzer. Dadadan, dadadan. Oder ich würde sagen... Ich mach jetzt hier so ungefähr bei 19 Minuten mach ich eben kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, euer FlashHutalp und Tschuhuuss.